Du trainierst intensiv, achtest konsequent auf eine gesunde Ernährung, verspürst aber dennoch ab und an Appetit auf etwas Süßes? Mit dem Body Attack Carb Control bekommst du genau den Snack, nach dem du immer gesucht hast. Der Carb Control ist ein proteinreicher Schokoladenriegel, der besonders für Personen geeignet ist, die auf Zucker verzichten möchten, allerdings den süßen Geschmack eines Schokoladenriegels nicht missen möchten. Im Carb Control sind 45 Gramm Proteine enthalten. Diese Proteine können zum Muskelaufbau beitragen. Mit diesen 45 Gramm ist der Proteinriegel fast so hochwertig wie ein normaler Proteinshake direkt nach dem Training. Bei 25 Gramm Kohlenhydraten pro Riegel schrecken viele davon ab, allerdings sind davon 20 Gramm Polydextrose und Maltit. Die schmecken zwar süß, aber werden nicht im normalen Zuckerstoffwechsel verarbeitet. Den leckeren Carb Control gibt es unter anderem in den Geschmacksrichtungen Blueberry-Joghurt, Marzipan und Lemon-Quark. Praktisch jeder kann den Carb Control verwenden, egal ob Sportler, Bodybuilder, Fitness-Sportler oder Nicht-Sportler. Jeder kann den Riegel als kleine Zwischenmahlzeit einsetzen. Anstatt eines Eiweißshakes lässt sich der Carb Control besonders gut nach dem Training einnehmen. Denn durch den hohen Proteingehalt trägt der Riegel nach der Belastung zum Aufbau von Muskeln bei.